Die Firmen-TV-Redaktion empfiehlt folgendes Unternehmen. Die Insel Ischia im Golf von Neapel gilt als eines der romantischsten Urlaubsziele in Italien. Das Ristorante Isola di Ischia bringt Ihnen mitten in Bayern das Flair dieser Region und die wunderbare Kulinarik von Bella Italia authentisch näher. Bei der immensen Auswahl an mediterranen Köstlichkeiten ragen vor allem die gegrillten Kalamari mit überbackenem Gemüse heraus. Aber auch die Pizzen in vier verschiedenen Größen haben sich eine beachtliche Fangemeinde erworben, wobei die Pizza Chef ein lokolisches Highlight darstellt. Selbstverständlich werden zu den aus hochwertigen, frischen Zutaten kreierten Gerichten exzellente italienische Weine serviert. Und der Lieferservice sorgt dafür, dass Sie die Köstlichkeiten auch zu Hause genießen können. Die mehrfach ausgezeichnete Pizzeria von Meisterkoch Cosimo Lombardi überzeugt außerdem mit einer gemütlichen Atmosphäre und einer traumhaften Terrasse. Ristorante Isola di Ischia – auch für Events aller Art ideal.